Friedrich Wilhelm I. von Preußen Friedrich Wilhelm wurde am 14. August 1688 als einziger Sohn Friedrichs I. und der geistreichen, philosophisch begabten Charlotte von Hannover geboren, nur wenige Monate nach dem Tode seines Großvaters, des großen Kurfürsten. Schon als Kind hatte er einen robusten Körperbau, ein äußerst widerspenstiges Naturell und zeigte zum Lernen keine Lust. Der muntere, fast unbändige Knabe war der Abgott seiner Mutter und seiner Großmutter. Die Kurfürstin Sophie ließ den geliebten Enkelsohn bereits in seinem fünften Jahre zu sich nach Hannover kommen, aber es war nicht möglich, ihn dort lange zu behalten, denn er vertrug sich ganz und gar nicht mit seinem Spielkameraden, dem Prinzen Georg, der später König von England wurde. Die Abneigung zwischen den beiden blieb eine dauernde. Sie hassten einander bis zur Todesstunde und Friedrich nannte Georg nicht anders als »Mein Bruder, der Tanzmeister«, während Georg seinerseits »Mein Bruder, der Sargent« sagte. Die Personen, die mit dem Prinzen zu tun bekamen, hatten einen schlimmen Stand mit ihm. Zwei Gouvernanten mussten ihn beaufsichtigen und oft brachte er durch seine tollen Streiche die beiden Frauen zur Verzweiflung. Frühzeitig legte er einen Widerwillen gegen allen Pomp und Luxus an den Tag und erwarf einmal ein Schlafröckchen von Goldstoff, welches anzuziehen, man ihn nötigen wollte, ins Kaminfeuer. Dagegen bestrich er sich das Gesicht mit Fett und ließ sich in der Sonne braten, um eine recht braune Soldatenfarbe zu bekommen. Wie von dem großen Leibniz bestätigt wird, galt Friedrich Wilhelm als Knabe für sehr witzig. Auf einem Jahrmarkt in Charlottenburg spielte der zwölfjährige Prinz den Taschenspieler zum allgemeinen Ergötzen. Die Herzogin von Orléans schrieb, »Es ist mir immer bang, wenn ich Kinder so witzig vor dem rechten Alter sehe, denn es ist mir ein Zeichen, dass sie nicht lange leben. Darum ist mir auch bang für den kleinen Kurprinzen von Brandenburg.« Friedrich Wilhelm blieb aber ungeachtet seines Witzes beim Leben, und zwar bei recht gesundem Leben. Nur mit dem Lernen wollte es gar nicht vorwärts. Wie er seinem prunkliebenden Vater eine entschiedene Abneigung gegen Prunk zeigte, so trotzig verhielt er sich gegen alle Versuche seiner Mutter, die einen gelehrten Mann, Ün Bellamé, aus ihm machen wollte. In seinem siebenten Jahr war ihm der Graf Alexander Doner als Erzieher gegeben worden, ein ehrenfester, gravitätischer, stolzer Mann. Seine Instruktion besagte, dass er alle Mühe aufzuwenden habe, um dem Prinzen das Lateinische beizubringen. Aber trotz aller Einreden Doners lernte die königliche Hoheit gar wenig, obwohl ihr ein ganz außerordentliches Gedächtnis an der Schaffen war. Noch schlimmer ging es mit den Künsten. Er wollte weder das Klavier noch die Flöte spielen, die Musik war ihm geradezu unleidlich. In schärfstem Gegensatz zu der Vorliebe seiner Eltern für das Französische trat alsbald sein ausgeprägtes Deutschtum hervor. Hierin bestärkte ihn sein erster Lehrer, der Ephorus Friedrich Kramer. Kramer war ein kenntnisreicher und gebildeter Mann, der einst die Schrift des Abbé Beur, kann ein deutscher Geist haben, mit einer grimmigen Gegenschrift beantwortet hatte. Kramers Einwirkung blieb fest in der Seele Friedrich Wilhelms, die, wie rasch sie sich auch nach Sympathien und Antipathien entschied, daran für immer und aufs Zäheste festhielt. Der Nachfolger Kramers war ein Franzose namens Rebeur, ein Immigrant, den Graf Dona aus der Schweiz hatte kommen lassen. Aber dieser Rebeur war ein trauriger Pendant. Er plagte den Prinzen fortwährend damit, dass er ihn lateinische, französische und deutsche Aufsätze über das Alte Testament machen ließ. Und die Folge war, dass Friedrich Wilhelm fortan einen unbezwinglichen Hass gegen das Alte Testament hegte. Sein ganzes Leben lang konnte es bei ihm nicht wieder zu Ehren gebracht werden. Ein so guter Christ er auch war.